Ich würde gerne auf die Gedanken von Menschen zugreifen können und so umprogrammieren können, dass es keinen Krieg mehr auf der Welt gibt. Nachgefragt. Super. What? Superpower. Superpower. Was ist für dich? So Gedanken lesen vielleicht. Pensar la mente de las personas. Me gustaría modificar un poco el pensar del ser humano. Podríamos ser mejor el ser humano. Er ist flying, gut. So, like... Werden kann fly. Dass ich fliegen könnte. Fliegen? Fliegen. Ich würde gern fliegen können. Überall. Kannst du die Welt mal anschauen. Oh, flying. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt, wenn man fliegen kann. Spiderman? Spiderman. Spiderman. Ich denke. Ich denke Spiderman, ja. Das ist, was du meinst, oder? Superpower. Ja, das ist, was ich sagen würde, Spiderman. Weil er fliegen kann, wo du fliegen willst. Er kann alles, was du willst. Er ist hier und die nächste Mal ist er überall. Ich würde sagen Spiderman. Fliegen. Unsichtbar sein. Unsichtbar zu sein. Invisible. Ich würde mal interessieren, wie die Leute über mich denken, wenn ich nicht da bin. Ich würde mich einfach daneben stellen und mal zuhören. Okay. Oh, genau hier. Und du sagst mir das falsch. Ich kann überall, wo ich kann. Ich weiß nicht, wie ich es sagen würde, aber ich will, irgendwo zu gehen. Und ich mache nur das und gehe. Es ist etwas, was du willst. Ja, es ist Teleport. Oh. Die... Die... Tele-Transport. Sie sind immer... Sie wollen hier, ich will in einem anderen Ort. Sabe? Ich würde gerne auf die Gedanken von Menschen zugreifen können und sie so umprogrammieren können, dass es keinen Krieg mehr auf der Welt gibt. Es ist zu laufen und nicht zu fühlen. Es ist wie der ganze Tag. Oder der ganze Monat. Das ist nicht super. Das ist es. Der Flush. Das ist nicht so. Der Flush. Der Flush. Die Flush. Die Flush. Der Flush. Der Flush. Der Flush. Die Flush. Du kannst zurück nach Zeit. Ja. Du kannst, wo du, wo du willst. Du kannst, wo du länger verdrückenst. Ja. Vielen Dank.